Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn ich da an diesem am Fuß des Berges da relativ eng reite, dass das durchaus noch was bringen kann. Das ist das Gefühl, dass ich da an diesem am Fuß des Berges. aber ich fürchte von der idee dass das heute noch was wird muss ich mich verabschieden und ich habe mich verabschieden Oder auch nicht. Um Gottes Willen. Let's go. Und dann auch noch um 200 Millisekunden. Ei, ei, ei. Pünktlich um 0 Uhr.